Das ist mein Geheimtipp unter den Potsdamer Schlossern, das Marmorpalais. Innen sieht man wunderschön restaurierte Parkettböden und sagenhafte Möbel im Plattizismus. Was ist das hier für ein Tempel? Ein Frestempel ist das, die Schlossküche. Die Schlossküche? Warum hat man die Schlossküche außerhalb des Schlosses? Man wollte die Geruchsbelästigung und Braingefahr vermeiden. Das ist der Heilige See hier und drüben ist die Berliner Vorstadt, vornehmste Wohnförder von Potsdam.